Wie kann man die Lockeren so nachziehen, wie? Also es muss alles ungefähr auf einer Höhe sein. Jetzt nicht millimetergenau, aber schon. Das ist schon wichtig für das Fach. Ja. Sonst gerade beim Doppelweben ist es so, dass die Fächer von Haus aus eng sind. Und wenn da das dann auch nicht stimmt, dann hat man immer verkehrte Sachen dabei, die man gar nicht haben will.